Vielleicht hilft der uns ja. NAH! Wieso macht der bei den Androiden? Setz mal ganz ehrlich. Hallo. Vielleicht muss ich irgendwas drücken? Vielleicht noch nicht lesen. Überschuss. Okay, Fehler. Freigebenfehler. Audio. Ungültig. Zubehörfehler. Typ System. Ah! Ach, hier mussten wir sogar rein. Ich dachte, wir müssen da oben rein. Ah, jetzt müssen wir wieder zurück. Höchst wahrscheinlich. Aber wir gucken uns gerade nochmal schnell um. Du bist der Nett. Guck mal, hier ist. Oh! Pass auf! Nein, 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 nein. Ach, zu spüren. Too late. Apologize. Aber jetzt ist es gut, dass wir gespeichert haben. Das können wir nämlich direkt... Aber wieso? Boah, das ist ja all. Also, also, naja, nicht all jetzt, aber da haben wir jetzt wahrscheinlich nicht. Ähm. Warum greift denn die nicht an? Greift denn nur Menschen an? Kann man dir nicht sagen, beschütze mich? Ich muss das Ding hier wieder öfter nutzen, glaube ich. Tartü mal wieder. Dass der da drinne war. Dass es auf der kommt. Hast du es gehört? Ich mag das gar nicht, wenn man hier so gefesselt ist. Oh. Oh. Die Heidweg. Das should have been hinter der Tür. Schande aus Widersprechen sollte. Legen Sie bitte Beschwerde an. Okay. Wollen wir schnell wieder anschmeißen hier. Nö. Was? Ist der jetzt böse? Oh, ja. Sieht so aus. Oh. Oh, was ist denn das? Ach, nö. Wieso ist denn der jetzt so auch noch? Ja, jetzt habe ich das mit dem Ellie zu tun. Ah! Oh Gott. Ach, komm. Oh, das ist ja zu scheiße, ey. Wieso greift denn der mich jetzt auf jeden Fall auch noch an? Weil du wolltest, dass er dich beschützt. Das war, junge Zacke, zu blöd. Ach, Mann. Nee, das finde ich jetzt doof. Das war heute halt gar keine Chance. Ich musste vor dem abhauen und der war auch noch hinter mir. Das ist da ein Leckmütal am Arsch hier. Und du hast auch wieder gezuckt, ne? Ich habe das vorher gesehen. Schön, dass du dich darüber amüsieren kannst. Ja. Das nächste Spiel spielst du dann und dann... Lachst du die ganze Zeit. Dann mache ich die ganze Zeit. Aber sowas von... Ich werde mich köstlich amüsieren. Ja. Ein Mario Kart. Hm. Nee. Das wird schon ein bisschen was anderes werden. Mario Party. Mäuschen. Spiele ich dann mit meinem Yoshi? Oh Gott. Der hat mich ja vorhin nicht ange... Oh. Nee, das ist der. Okay. Warte mal. Ich gehe mal schnell zur Seite hier. Dann muss ich abwarten, bis der irgendwie gerade nicht hinguckt oder so. Oh Gott. Hast du deinen... Deinen... Deinen Flammbar? Das ist jetzt der Android, glaube ich, gerade. Ah, guck mal. Der geht weg. Oh, nicht ganz. Ich habe das gar nicht. Morgen. Gemeinsam. Oh. Oh Gott. Ist bei. Ich komme bestimmt wieder durch die Tür, wa? Noch ist da oben. Wir halten Details im Auge, sodass nichts an Ihnen vorbeizieht. Der hat ja vorhin nichts gemacht, ne? Sie tragen einige sehr gefährliche Gegenstände mit sich. Ja. Was leuchtet denn da an der Seite? Das ist der Schrank. Achso. So, warte mal. Ich warte jetzt ab, bis der wieder... Jetzt ist er da in der Ecke. Jetzt muss ich es probieren. Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich... Ach, diese Stimme, ey. Okay. Ah. Hat funktioniert. Jetzt habe ich die Leistungsschalter-Waits. Und wieso ist der jetzt nicht böse? Weil er nicht gesehen hat, wahrscheinlich jetzt, dass wir da... Wahrscheinlich stand der vorhin direkt hinter uns. Das ist eine Karte. Ich bin nochmal über Flammenwerfer, Muni, dankbar. Oh, ist das dunkel hier drin. Oh, was sind denn das für 1000 Terminals? Ungültig, freigeben, bla, bla. Ich muss das später machen. Wartungscheck-Auftrag in Sektor 12 erhalten und bestätigt. Ein Wartungs-Android ist unterwegs. Oh, Flammenwerfer-Säsche. Oh. Nee, der hat doch liebe Augen. Guten Tag. Warte, warte, er macht jetzt Licht an hier für uns. Guck. Oh, oh. No! Okay, alles gut. Ich darf jetzt nur nicht vergessen, wieder meinen Medikit zu nehmen. Ist der jetzt mal fertig hier? Warte mal, ich geh mal in so einen anderen Schrank rein. Ja, der kommt bestimmt wieder zurück. Wollen Sie mir über die Ostropols Sicherheitsvorschriften erfahren? Ja. Willst du mehr erfahren? Ja. Unbedingt. Ich weiß nicht, müssen wir jetzt warten, bis der irgendwas macht, oder? Nee, na, wahrscheinlich nicht. Was soll's? Ah, ist... Was ist denn da rechts? Ja. Ja, da müssen wir uns wahrscheinlich rein, wa? Oh Gott. Na, komm. Oh Gott, der kommt doch schon wieder. Oder? Ich hab's auch gehört, ja. Ach, jetzt sind wir hier. Alles klar. Das war ein kleiner Runddraht. Ich hab's auch, der kommt schon wieder. Wo ist denn der? Attacke! Tschö, Ronny, wohnen. Soll ich auswechseln, mal lieber? Na, wach. Das war dann auf einmal da stehen. So, warte mal. Jetzt müssen wir dann irgendwie in die linken Räume rein. Ach, der ist ja schon wieder da. Ach, Nerv. Guck mal, das war doch vorhin hier nicht grün. Willst du da wirklich rennen? Na ja. Hab ich voll Bock drauf. Kann ich hier drin auch? Ja. Das dem hier durch die Gitter, aber nur krapscht. Der ist doch schon wieder da. Aber der ist ja nicht hier drin. Naja, der ist ja draußen. Leben wir. So. Okay, ich guck mal schnell, was hier ist. Jetzt hinter dir. Oder? Oh Gott. Hilfe. Hab ich gesehen? Alles gut, alles gut. Ich hab noch... Ey, wir müssen... Warte mal, wir müssen grad mal schnell Medikids bauen hier. Äh, so war das. So. Da! Oh Gott! Nein, das gibt's... Bin ich zurückgelaufen, ey. Bin ich doof. Was ist denn das jetzt so? Keine Ahnung. Du hast den Gehäufe an. Nur mal so nebenbei. Scheiße, was ist denn das? Ach, scheiße. Ach, Mann, ey. Das macht jetzt keinen Spaß mehr hier. Boah, erst dieses ewig lang Geräusch, das war ein Fehler. Jetzt latsch mal wieder von hier vorne. Ey, Mann. Mann, kotzt mich an. Ist überall so leer. Hä? Warte mal. Guck mal, jetzt ist er hier offen schon. Achso, nee, das war ja hier. Jetzt müssen wir das normal machen, Pü. Super. Hab ich gut gemacht, oder? Es war aber auch tierisch laut. Ja. Man hat's nicht gehört. Was um einen herum war. Na gut, jetzt machen wir flinke Füße. So, warten wir wieder, bis wir den Tag kommen. Hört raus. Okay, entfernt sich. Wir behalten Details im Auge, sodass nichts an mir zu vorbeizusten. Okay, ich warte jetzt noch mal kurz. Sie tragen einige sehr gefährliche Gegenstände mit sich. Sie macht sich Sorgen um uns. Was ist denn das für eine Musik? Hab ich gemacht. Achso, ja. Das ist in meiner Hyperaktivitätszeit entstanden. Natürlich. Jetzt geht er wieder da hin. Warte, bis er da hinten an der Ecke ist. Gut, der kommt doch jetzt, so. Ist auch gemein, das ist genau über dem Loch da. So, jetzt so. Äh, das über dem Terminal, wie das Loch ist. Das Loch. Der Löcher. Okay, schnell, weiter. Wo finde ich die Leistungsschalter-Rates? Da ist einer in den Analyse-Laboren. Der andere ist im Dekontaminierungsraum. Der andere ist im Dekontaminierungsraum. Mal jetzt mal schnell, bevor der kommt. Wartungscheck-Auftrag in Sektor 5 erhalten und bestätigt. Ein Wartungs-Android ist unterwegs. Ist das jetzt der Android? Wo haben wir Radar? Oh, zwei Radar. Okay, entfernt sich aber. Okay. So, jetzt bin ich da. Jetzt musste ich wieder, genau. Da lang. Ich gehe wieder hier lang. Ich denke mal, das war ein Fehler. Ja, vorhin dieses komische Geräusch da. Oh, Flammenwerfer. Sehr schön. So, links muss jetzt diesmal Licht rum, sondern ich gehe gleich weiter. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Da ist ein Speicherpunkt da hinten. Komm, lass uns gleich mal speichern. Bevor wir hier gleich wieder... Hier ist eine Leiter. Ja, das muss ich alles schon mal merken. Yay. Hey, und wir haben diesmal nicht... Lass den Speicher! So, warte mal bis... Ach, da oben dann wahrscheinlich, okay. Aber wir gucken mal schnell. Bisschen rund. Kommt wahrscheinlich noch nicht lang. Ja, da oben nicht. Oh. Der kommt da... Ach, da oben ist denn. Können wir springen gehen, ne? Ja, doch. Ah, der hat sich gerade selber... ...verfangen. Oh, guck mal hier. Können wir uns da reinstellen? Pass auf! Oh, von oben wieder. Oh Gott. Aber Andy ist doch auch da, oder? Nee, ist nicht doch... Pass auf! Oh Gott. Hilfe! Pass auf! Pass auf! Wo ist denn der? Das ist auf der... ...auf der rechten Seite... ...die Schritte gerade. Bisschen putzig ist es ja, nicht? Ja. Leistungsschalter zurück. Ah, okay. Geht nicht. Wahrscheinlich muss er erst hier oben das aktivieren. Boah, nicht schon wieder. Aber nicht hier oben. Guck, der ist unten jetzt. Wen ist da? Der kann doch nicht hochklettern, oder? Da kommt er jetzt. Oh Gott. Hilfe! Aber irgendwas muss er nicht sein, weil hier ist ein Schrank. Oh Gott. Okay. Der ist hinter dir! Die Ratte, ey. Der hat mich aber zum Glück nicht gesehen, ey. Oh. Hammer, hammer, krass, ey. Okay, wir müssen uns wieder ein bisschen mehr umgucken hier, glaube ich. Fehler, Fehler. Freigehen, abwarten. Geh mir nicht... Oh, 2743. Ja? Merkt ihr erst mal? Hier gibt's Drogen for free. Pass auf, der ist hinter dir. Oder? Oh Gott. Er ist halt in dem Raum drin. Er ist halt in dem Raum drin, wenn das so gut geschlossen ist. Aha. Oh Gott. Oh, so schnell hier, ey. Ah! Oh Gott. Hey? Okay, warte mal. Jetzt bin ich ja grad ein bisschen... Warte mal, da ist irgendwas, was wir übersehen haben. Achso, nee. Da kommen wir noch nicht hin. Okay, ja, hier ist erst mal nichts. Da ist eine Kamera. Ah! Oh Gott. Höhe, erschreck dich nicht so. Fuck, ich hab bald kein Flammenwerferzeug mehr. Ah. Da hätt doch mal was Schickeres drinne sein können, wirst du? Oh, der kommt schon wieder. Der Schlag ist vor dir. Oh, ist der schon wieder hier drinne? Fuck, fuck, ich muss hier runter, ich muss hier runter. Okay. Gut. Abschalten. Oh, der ist da. Oh, ja. Na. Oh Gott. Der hat mich noch nicht gesehen. Ich muss nur nichts sparen, ey, mit dem Zeug. So was verstecken, ey. Ist auf, der rennt jetzt bestimmt wieder auf dich zu. Ja, das hat er nicht gesehen. Der faucht dich an. Fuck. Fiss dich. Nein. Alter. Ach, scheiße. Da gehen wir nur umgehauen wieder. Mach mal Pause. Was? Pause machen? Jetzt, hier. Ja. Ähm, warte, ich muss hier erstmal schon heilen, das vergesse ich sonst. Oh Mann, lass mir... Oh Gott, der ist schon wieder da. Da ist ein Schrank. Okay, dann kurze Pause ein bisschen. Hui. Bis gleich. Bis gleich.